Teil 38 Catstar, Dienstag, 21.45 Uhr Der Blonde zog seinen prallen Geldbeutel aus der rechten Hosentasche. Also passt auf, ich geh zum Valencia Place. Der Junge läuft mir wie ein Troy-Duffel-Duckel nach. Ihr schnappt ihn euch und verpasst ihm eine ordentliche Abreibung. Schlagt gut zu, er braucht nicht vormorgenfrüh aufwachen. Blue registrierte seine Worte und kämpfte gegen ihre lähmende Erschöpfung an. Der Blonde steckte den beiden einige Scheine zu. Jetzt gleich, fragte der Dicke und strich sich die fettigen Haare aus der Stirn. Klar, wann denn sonst, schnauzte der Blonde zurück und bezahlte sein Bier. Blue Transmexte flog zu dem Langhaarigen und verbarg sich an dem schmutzigen Kragen seiner Lederjacke. Stoff Dienstag, 22 Uhr Carlo rief an der Rezeption an und bestellte sich ein Taxi. Als er aus dem Hilton trat, wartete es schon. Wo soll's denn hingehen? Brixton, Underground Station. Der Fahrer schaute ihn entgeistert an. Dann räusperte er sich ausgiebig. Ähm, ähm, naja, Amy Winehouse soll sich in der Gegend auch ihre Sächelchen gekauft haben. Stand zumindest vor ein paar Wochen in der Sun. Prüfend musterte er Carlo im Rückspiegel. Der junge Mann verzog keine Miene. Trotzdem, ein Typ, der im Hilton wohnte und sich nach Brixton fahren ließ, der wollte sich doch sicher etwas Kokain oder andere illegale Sachen besorgen. Ich warte aber nicht, bis sie ihre Geschäfte erledigt haben, merkte der Fahrer an. Der Kunde sollte gleich wissen, wo er bei ihm dran war. Ist schon gut. Carlo sah im Außenspiegel, dass sie verfolgt wurden. Sein Aufpasser war ihm permanent auf den Fersen. Der Mann bemühte sich nicht mal mehr um Diskretion, was Carlo ziemlich beunruhigte. Und gerade jetzt brauchte Chrissy seine Hilfe. Ein Notfall. Was war mit ihr nur los? So hatte er sie noch nie erlebt. In der Zange. Dienstag, 22 Uhr. Burns pfiff gut gelaunt, als er aus dem Pub trat. Er lief die Cold Harbor Lane Richtung Bahnhof zurück und bog rechts in den Valencia Place ein. Unter der Eisenbahnbrücke blieb er kurz stehen. Ein herziges Fleckchen. Heruntergekommen, schmutzig, abgelegen. Düsterkeit pur. Ein geradezu ideales Revier. Leider hatte The Beat, eine Allianz von Polizei und verschiedenen Bürgerinitiativen, sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass am zwielichtigen Valencia Place die Straßenlaternen repariert wurden. Bis jetzt waren sie noch heil. Burns bückte sich und sammelte Pflastersteine auf. Er lief ein paar Schritte und zielte auf die nächste Laterne. Glas zerbarst und das Licht erlosch. Das Dröhnen eines heranfahrenden Zuges kam näher. Raymond spürte schon wieder den Vibrationsalarm seines Handys. Es machte ihn ganz kirre. Er schaltete es aus. Es hatte vorhin schon pulsiert, gerade als der Blonde aus dem Pub kam. Ein denkbar ungünstiger Augenblick, um zu plaudern. Jetzt crashte der Blödmann auch noch die zweite Laterne. Was sollte das? Raymond stoppte. Das hier wurde ihm eindeutig zu heiß. Es war höchste Zeit abzuhauen. Er drehte sich um. Die zwei Typen aus dem Catstar-Pub waren direkt hinter ihm. Die lauten Nachtgeräusche hatten ihre Schritte verschluckt. Sie grinsten fies. Der Dickere nutzte die Schrecksekunde, packte Raymond, nahm ihn geübt in die Zange und zerrte ihn unter die Brücke. Raymond zappelte, versuchte sich mit wilden Tritten aus dem Griff zu lösen und schrie aus Leibeskräften. Nicht einmal das Rattern des Zuges übertönte ihn. Halt's Maul! Hier hört ich eh keiner! Der Kahlköpfige schaute Raymond verächtlich an, spuckte ihm ins Gesicht und schlug zu. Er hätte dem Jungen sicher die Nase gebrochen, wenn sein Kumpan nicht im selben Moment nach hinten weggesackt wäre. Raymond sackte mit. Wie ein hilfloser Käfer lag er rücklings auf dem Dicken, die Arme im Griff des Ohnmächtigen eingeklemmt. Du miese kleine Ratte! Der Hagere hatte nur mühsam sein Gleichgewicht halten können. Er verpasste Raymond wütende Tritte mit seinen Springerstiefeln. Immer wieder. Der Junge brüllte vor Schmerz und verlor nach einem heftigen Tritt in die Seite das Bewusstsein. Der Dünne zerrte Raymond grob aus der Umklammerung seines Kumpels und rollte sein Opfer achtlos auf den Asphalt. Er verpasste dem Dicken ein paar Ohrfeigen. Keine Reaktion. Das konnte doch nicht wahr sein. Was war da los? Da stimmte doch was nicht. Ging das auf Burns' Konto? Hatte er ihnen etwas ins Bier gemischt? Der Typ würde bestimmt zurückkommen und ihn auch noch fertig machen und ihnen dann irgendwas anhängen. Aber da hatte sich der feine Herr getäuscht. Nicht mit ihm. Er packte seinen Freund an den Füßen und schleifte ihn zum nächsten Torbogen. Er selbst verbarg sich im Schatten und zückte sein Klappmesser. Burns hatte die Schreie trotz des ratternden Zuges gehört. Äußerst dilettantisch. Die Idioten waren doch zu zweit. Besser er checkte, ob die beiden mit dem Jüngelchen fertig geworden waren. Er schlenderte zurück. Jemand lag am Boden. Es war der Junge. Burns tippte ihn mit der Spitze seines Schuhs an. Der Bursche sah eindeutig Engelchen. Er ging in die Knie, beugte sich über die zusammengekrümmte Gestalt und tastete ihn ab. Vielleicht fand sich ein Hinweis, warum der Junge ihn verfolgte. Etwas schoss ihm an den Hals und drückte mit unglaublicher Kraft auf den sensibelsten Punkt direkt unter der Gurgel. Reflexartig langte sich Burns an die Kehle. Im selben Moment durchfuhr ihn ein zweiter heftiger Schmerz im Nacken. Er brach lautlos zusammen. Der Kahlköpfige hatte sich herangeschlichen und stand hinter Burns, bereit zuzustechen. Ihm quollen die Augen über, als der Blonde einknickte. Er hatte etwas Blaues aufblitzend sehen, sonst nichts. Das konnte nicht mit rechten Dingen zugehen. Egal, Burns hatte vorhin massig Kohle dabei. Er schob ihn von dem Jungen herunter, rollte ihn auf den Bauch und zerrte den prallen Geldbeutel aus der engen Gesäßtasche. Er zog die Geldbündel heraus und warf den Rest achtlos in den Gulli. Nervös schaute er sich um. Alles war ruhig. Seinen Kumpel konnte er nicht zurücklassen. Er rannte zum Versteck, packte ihn an der Lederjacke und schleifte ihn um die Ecke. Als die beiden außer Sicht waren, schaltete sich Raymonds Handy ein. Es empfing eine Nachricht und leitete die SMS an Chrissy weiter. Brixton, Valencia Place Hilfe, Elle Das war Teil 38 von ScrumX One Die Suche Alle Hörbuchteile zum freien Download auf scrumx.de Die Suche